Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem Let's Play Jurassic World Evolution Return to Jurassic Park. Wir sind jetzt hier und irgendwann mal dort und wir wollen uns den Park für die Öffentlichkeit freigeben lassen. Wie machen wir das? Das habe ich noch nicht rausgefunden, aber wir werden es in diesem Part rausfinden, glaube ich jedenfalls. Wir haben da leider keine, kein einziges, kein einzigen Hinweis. Aber vielleicht machen wir das ja hier, weil wir müssen hier noch... ... noch irgendwelche Dinge sicher machen. Und der Ankunft Zellipat ist ja eigentlich für die Zuschauer da. Hm. Aber irgendwie läuft da was schief. Und wer soll sich um die Aufgaben kümmern, wenn nicht ich? So, es gibt aber neue Dinosaurier in der Datenbank. Stegosaurus, Brachiosaurus, bum bum bum. Das ist der Moment, auf dem wir uns nicht arbeiten. Unsere Chance sind. Ist der nicht offen? Hm. Das ist das nicht. Oder... Warte mal. Wir hatten doch hier so ein Tor. Tor, Tor, Tor. Jetzt bauen wir so ein Modul. Rancher Außenposten. Das Tor in den Choresi-Park sorgt für den wirkensvollen Start einer Tour. Muss an die Tourstrecke angeschlossen sein. Ist es ja, ist es ja. Es ist ja angeschlossen. Es ist ja alles angeschlossen. Habe ich irgendwas übersehen? Irgendwo, irgendwie, irgendwas? Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Komm, komm. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm komm. Komm, komm. Du letzte Frau schlägt emperor bei schildern habe ich gerade erzscht wirkliche Fragen mythicales. ich glaube ich bin blöd wartet mal wartet mal wartet mal hier gibt es nix hier gibt es nix okay hier gibt es nix hier gibt es nur ein paar krankheiten nehmen wir mal mit dinosaurien gibt es nix in den datenbank archiv 88 10 von 88 paläobotanik 0 von 10 freigeschaltet charaktere 7 von 55 krankheiten 3 von 8 mimos 0 von 15 in den datenbank expeditionskarte isla nobla aufträge in zur bewertung mission toni hilf mir mal wir wissen wie man sie toni ich bin jetzt gerade wirklich überfragt ich stecke ich stecke fest was ist das hier ja aber das sind die raptoren die kommen auch nicht mehr raus über die infotafel über die infotafel die infotafel ich bin der könig Und natürlich, kaum habe ich den Park geöffnet, kann ein fetter Sturm. Und ich kann die ersten Dinosaurier erforschen. Oh, das ist tot. Toll. Ich habe jetzt wirklich fünf Minuten mehr viel gebraucht, um den Park zu eröffnen. Nur weil ich ihn nicht lesen kann. Ich verdiene mir aber auch Geld. Gut, wir müssen uns einfach mit unseren Erfahrungen auseinandersetzen, so wie wir uns auseinandersetzen können. Wir erforschen uns jetzt erstmal alle Dinosaurier, die es hier erstmal gibt. Und dann, was machen wir dann? Und, ist der auch schon frei? Nein, ist er nicht. Der ist nämlich hier unten. Oh, das ist er. Ne, das ist der Rexy. Gewährt Zugang zum Tyrannosaurus, vorziehen den Grabungsstätten, der Frenchman Hell Creek und dann Lensformation. Prozerathosaurus. Forschung abgeschlossen. Prozerathosaurus. Vielleicht, weil es einfach geht. Oh, das ist er. Aber wenn das Ding ist. Oh, das gefällt der Königreich. Das ist ein Baryonyx. Okay. Das ist was anderes. Ein Baryonyx. Wenn das aber Eurobaryonyx. Wenn das aber Eurobaryonyx ist. Und das kommt so klar, dass es Ding ist bei uns. Veloceraptor. Tyrannodon. Der will ich haben. Der ist toll. So. Aber wir können doch nicht nach Deutschland. Stegosaurier. Können wir eigentlich uns ausbrüten und haben wir eigentlich schon Stegosaurus hier in diesem Riesengehege? Weil das können wir doch dafür benutzen, oder? Wir haben keine Stegosaurier. Wir können das Gehege dafür benutzen. Genau wie Triosaurus. Die können wir auch benutzen. Also hier ist auf jeden Fall Brüten über Dingsbums nicht möglich. Das können wir auf Isla Zorna. Also das ist eigentlich total realistisch. Ich meine im Film. Im Film ist das wirklich auch so gewesen. Boom. Boom. Und das hält nicht anders. So, wir warten sich an der Getränkbewertung 85. Wir werden mal gucken, wo unsere Trätektur ist. Die ist da hinten irgendwo. Oh. Ich verwechsel das irgendwie. Es gibt auch neue. Schießen die mit der Kamera in Nöte des Render Teams ein Foto, das mindestens 15.000 wert ist? Why not? Was heißt denn? Was heißt denn? Was heißt denn? Palaeontologieberater? 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 Wie nennt sich das? Ich meine das ist... Das ist... Das ist nicht Dings. Das ist eine Möcke. Das ist eine Raptorenkralle. Steht hier, was es heißt. Auf der Suche nach dem Vögelchen. Da müssen wir wohl mal wieder fotografieren. Scheinbar. Aber erst mal bauen wir uns ein Hotel. Irgendwie. Ich finde das immer lustig, dass die Wege jetzt ein bisschen drin sind. Das war früher nicht so, aber es ist alt die Zukunft gewesen. Da wurde das ein bisschen vorangeschrittener, kann man so sagen. Und da können wir uns auch ein Stegosaurus anschaffen, wenn wir wollen. Guck mal ganz kurz mal, was hier los ist. Aber wir haben jetzt schon bereits zwei Sterne. Das ist nicht gut. Sowieso müssen wir das Gebäude jetzt erforschen. Tatsächlich. Und da gibt es wirklich drei Gebäude. Mit denen wir uns ein bisschen mehr beschäftigen müssen. Das ist einmal der Geschenkeladen. Das Choressecafé. Und das Klo. Vor allem jetzt müssen die auch noch ein Klo haben. Ich tue mich mit Klos. So, dann machen wir das jetzt mal. Choressecafé. Das wollen die ja immerhin neben der Tour haben. Und das bekommt auch hier einen geeigneten Platz dafür. So. Das baue ich auf Erfahrungen auf. Auf grenzenlose Erfahrungen, welche mich helfen werden. Dass ich hier ja dann noch eine Toilette in kann. Ehen, komm, 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 komm. Das schöne finde ich, dass diese alten Wege hier genutzt werden. Also diese drei neuen Wegetypen für Jurassic Park und so. Gratulation, ich habe eine Toilette hier gebaut. Was gibt es denn eigentlich zu Ende? Alter. Geil. ESeinkaufsbewertung vonЛ sieht aber nicht so ganz aufunehmen. Da sehe ich wieder L phon über Stegosaurier sind fertig. Cool, er ist tot. Zustellung erbitten. Erbitte die Zustellung von einem Stegosaurus. Oh, na toll. Das erscheint einfach aus dem Nichts. Kein Wunder, dass sie so schnell waren. Aber kann ich mal erfahren, wie die Velozerabsonia rauskommen? Ich meine, ich höre sie. Deaktivieren kann ich das nicht. Kann ich das löschen? Hm, scheinbar nicht. Eine Toilettenbewertung. Es gibt eine Toilettenbewertung. Im Spiel. Zwei. Zwei. Hä? Sind die vier Restaurants? Gifts. Okay. What a wonderful world. Okay. Das werde ich jetzt auch so machen wie den anderen. Hier noch ein Schösektor-Kaffee hinmachen. Und hier noch mehr einkaufen. Das gefällt mir einfach. Das gefällt mir. Das sieht total retro aus. Und selbst hier, wie das unbeschränkt leidt. Oh, oh shit. Und jetzt so der Preis. Geil, ich hab's fast geschafft. Nur noch die Einkaufsbewertung höher machen und... Danke, Hammond. Das schaffen wir ja. Ist klar. Ich hab zwar nicht so viel Platz, aber... Wir brauchen eh nur noch ein Einkaufsding. Da sind wir fertig. Da brauchen wir... Nicht sowas. Junge. Ich bin gleich gegen die Rollen. So... Ich will doch irgendwann mal sagen... Ja, bis zu schafft. Und genau das ist der unausweichliche Moment, in dem sich Kunst in Kommerz verwandelt. Und Finch ist nirgends zu sehen. Wir wussten, dass John hier ein Geschäft führt. Die Dinosaurier sollten ein Geschenk an die Welt sein. Irgendjemand zahlt dafür, Dr. Grant. So wie immer. So. Erreichen Sie 350 Ewing pro Minute. Das schafft man noch. Da bauen wir nämlich hier nur eine Dolette dahin. Alter, jetzt verwandeln wir das Ding hier in einem schönen Park. Und der soll funktionieren. Oh ja, 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 das reicht völlig mit den Stegos. Und dann gucken wir mal, ob wir ein neues Dingsbums hier noch so ein Hotel hier hinbekommen. Aber ich muss sagen, das Hotel hat ein schönes Design. Es hat wirklich ein schönes Design. Das ist eines der besten Designs, die ich bisher gesehen habe. Und deswegen ist das auch so toll. Das ist ein schönes Design. Okay, die Hotels funktionieren genauso wie die anderen Hotels. Aber ich finde es toll. Ich meine, stellt euch mal vor, das ist so ein Baum, also so ein Baumhaus. Und dann kommen so ein Sinosaurier vorbei. Ja. Ja. Jedenfalls haben wir jetzt es geschafft, den Parkstatus zu erreichen, dass wir jetzt einen Park bauen können. Ja. Ja. Währenddessen gehen wir jetzt nochmal zum Helipad. Tot. Warum tot? Ich verstehe das aber nicht. Naja. Das einzige, was ich machen kann, ist... Oh, warum mache ich das nicht von Anfang an schon? Deswegen. Naja. Ich werde auf jeden Fall mal sagen. Ich werde auf jeden Fall mal sagen. Jedenfalls, nachdem wir das jetzt so ein bisschen verwaltet haben und so. Und jetzt eine riesen Tour haben und irgendwie kein Strom mehr. Das ist ausgerechnet hier. Wo wir uns dann nochmal so ein Kraftwerk wahrscheinlich hinbauen müssen, werde ich hier hinten tun. Weil wir haben hier, wir haben doch ein bisschen mehr Platz als wir dachten. Deswegen werde ich sagen, das bauen wir jetzt noch schnell hin. Und dann verabschieden wir uns heute. Vom heutigen Part. Also, werde ich einfach mal schon mal sagen. Abonniert meinen Kanal. Klingelt das Glöckchen. Und dann sieht man sich auf jeden Fall hundertprozentig wieder bei einem neuen Part von Jurassic World Evolution. Return to Jurassic Talk. Also, bis zum nächsten Mal. Und bis bald. Speichern wir mal erstmal auch immer ab. Auf Wiedersehen. Untertitelung. BR 2018 Auf Wiedersehen!